Herzlich willkommen zu Spirit. Es gibt verschiedene Wege, den Glauben zu verkünden. Am häufigsten geschieht das durch die Predigt. Einige aber komponieren Lieder über den Glauben, andere malen Bilder und wieder andere schreiben Gedichte. Einer der christlichen Glauben leidenschaftlich gerne in ein lyrisches Gewand kleidet, ist der Priester Dr. Andreas Knapp. Er gehört der Ordensgemeinschaft der kleinen Brüder vom Evangelium in Leipzig an. Ich freue mich, dass ich nun einige Gedichte des Priesters und Dichters aus seinem eigenen Mund hören und mit ihm darüber reden darf. Herzlich willkommen, Bruder Andreas. Hallo, Herr Blumberg. Bevor ich nun mit Ihnen über Ihre Gedichte spreche, möchte ich gerne und möchte ich Sie bitten, dass Sie ein Gedicht zum Glauben unseren Zuschauern vorlesen. Ich lese ein Gedicht mit dem Titel Der Schöpfer. Das sieht dir wohl ähnlich, was du alles geschaffen hast. Und so erfinderisch kann nur die Liebe sein. Du hattest es nicht nötig, aus dir etwas zu machen, dich gar zu verewigen in einem Meisterwerk. Schaffen wolltest du aus lauter Lust an Licht und Leben, denn du bist kreative Kraft mit himmlischen Ideen. In allem, was geschaffen, bleibt immer auch des Künstlers Spur. So ist das Angesicht der Liebenden dir wie aus dem Gesicht geschnitten. Fruder Andreas, Sie schreiben, so erfinderisch kann nur die Liebe sein. Inwiefern kommt Ihnen beim Blick auf die Schöpfung der Gedanke, dass der Schöpfer die Liebe ist? Wir suchen ja nach Spuren Gottes und der Blick auf die Schöpfung lässt uns staunen über die Schönheit, über die Fülle, über die Vielfalt des Lebendigen. Und in unserem christlichen Glaubensbekenntnis spielt ja eine zentrale Rolle, dass Gott die Liebe ist. Das ist der Spitzensatz des Neuen Testamentes. Und ich denke, wenn Gott der Ursprung dieser Welt und von uns Menschen ist, dann ist unsere Fähigkeit zu lieben und auf Liebe zu antworten, Liebe zu ersehnen, Liebe zu erwidern, darin spiegelt sich etwas vom Wesen Gottes wieder. Gott ist Liebe. Und dort, wo wir Menschen uns liebend ausdrücken, wo wir uns liebend hingeben können, dort kann man dann etwas auch vom Wesen Gottes spüren, erahnen und darüber staunen. Sie schreiben weiter, schaffen wolltest du aus lauter Lust an Licht und Leben. Was ist der tiefste Grund, dass Gott Lust hat auf seine Schöpfung, dass er seine Schöpfung liebt? Wenn Gott Liebe ist, Liebe ist immer etwas Überfließendes. Sie will ja nicht etwas Enges und Abgeschlossenes sein, sondern will sich verströmen. Und so denke ich, dass die Schöpfung genau davon spricht, dass Gott sich verströmen will, dass er Freude hat am Dasein von anderem und anderen. Und Liebe sucht nach einem Wort von Hugo von St. Vito, Mitliebende. Gott schafft den Menschen, damit sozusagen noch Mitliebende da sind, die so lieben können, wie er die Liebe beantworten können. Über die Liebe vom Menschen möchte ich als nächstes sprechen. Sie schreiben, so ist das Angesicht der Liebenden dir wie aus dem Gesicht geschnitten. Inwiefern ist der Mensch Gott am ähnlichsten, wenn er liebt? Wir sprechen ja vom Menschen als Ebenbild Gottes. Und das kann man unterschiedlich deuten. Im Buch der Genesis wird es mehr gedeutet, dass der Mensch Verantwortung hat für diese Schöpfung. Dass er wie ein Verwalter für diese Schöpfung Verantwortung trägt. Aber wenn wir dann auf Jesus schauen, auf seine Weise, sich mit Menschen in Beziehung zu setzen, Menschen anzunehmen, Kinder zu umarmen, Sündern zu vergeben, das sind alles Ausdrucksformen von Liebe. Und dort, wo wir Menschen uns in diese Spur begeben, dort spiegelt sich etwas vom Wesen Gottes wieder. Wir sagen ja, dass wir Gott selber nicht sehen können, sondern nur wie in einem Spiegel. Aber dann werden wir selber zum Spiegel dessen, wie Gott ist. Bruder Andreas, Sie sind Priester. Das heißt, Sie haben oft die Gelegenheit, in einfacher Sprache, in schlichter Sprache, in Prosa, zu den Menschen zu sprechen. Warum wählen Sie darüber hinaus immer wieder gerne die Gedichtform? Die Prosa ist oft auch langwierig. Es sind viele lange Sätze, die man manchmal macht. Theologische Bücher sind manchmal nicht so leicht zu verstehen. Und dort, wo wir uns versuchen, Gott anzunähern, dort versagt auch unsere Sprache. Dort kommen auch Prosa-Texte irgendwann an eine Grenze, weil man einfach nicht mehr weiter kann. Aber Lyrik ist eine ganz andere Form, weil sie will etwas nicht abschließen, sondern öffnen. Sie schafft Bilder, die dann im Einzelnen klingen können. Prosa-Texte versuchen oft, etwas zu erklären und zu definieren. Aber wenn ich zum Beispiel einem Menschen meine Liebe erklären will, dann versuche ich auch nichts zu definieren. Sondern dann schreibe ich ein Gedicht. Ein Gedicht, das im anderen Menschen etwas aufweckt, wo ein Bild entsteht und wo ich mit wenig Worten mehr sagen kann. Man kann sagen, mehr als Worte sagt ein Lied, aber mehr als Predigten sagt manchmal ein Gedicht. Weil es versucht, etwas zu konzentrieren, etwas anklingen zu lassen, ohne es dann endlos auszufalten. Ein weiteres Gedicht zum Glaubensbekenntnis heißt Gott von Gott. Könnten Sie auch dieses Gedicht unseren Zuschauern darbieten? Gott von Gott führt keine Selbstgespräche und lächelt nicht frostig in den Spiegel der Einsamkeit. Gott redet nicht ins Blaue, sein Mund findet ein Ohr auf Du und Du. Das Wort in Gott gibt selber wieder Antwort und immer sofort. Denn Gott als Liebe ist geben und empfangen, in Ewigem zugleich. Bruder Andreas, Sie schreiben, Gott lächelt nicht frostig in den Spiegel der Einsamkeit. Gott ist also nicht einsam, er ist Gemeinschaft. Welche Auswirkungen hat dieser Glaube, dass Gott Gemeinschaft ist, auf das christliche Menschenbild? Für uns als Christinnen und Christen ist es ja genau zentral, dass wir an einen dreifaltigen Gott glauben. An Gott, der nicht nur ein Monolith ist, nicht nur ein einziges, in sich geschlossenes Ganzes, sondern in dem selber Leben und Dynamik ist. In dem Beziehung fließt zwischen ich und Du, zwischen Vater und Sohn. Und diese Liebe so dicht ist, dass sie im Heiligen Geist selber wieder Person wird. Und wenn wir Bilder Gottes sind, dann bedeutet das, dass auch wir als Personen dort unsere Entfaltung finden, wo wir uns auf Beziehung einlassen. Dass ich mein Leben nicht nur allein für mich gestalte, dass ich mich nicht selber erlöse, sondern dass dort, wo ich mich auf andere einlasse, mit ihnen im Gespräch bin, wo ich Liebe empfange und liebend lerne, dass ich dort zur eigentlichen Entfaltung komme. Dort spiegelt sich dann in mir etwas vom Wesen Gottes. Sie schreiben in Ihrem Gedicht Gott von Gott, Gottes Mund findet ein Ohr auf Du und Du. Gott ist also in sich selbst eine glückliche Gemeinschaft. Er ist sich selbst genug. Bei Menschen ist es so, wenn man sagt, die sind sich selbst genug, dann ist das eher negativ gemeint. Warum ist das bei Gott anders? Wenn zwei Menschen sich sehr mögen und dann haben sie vielleicht auch einmal das Bedürfnis, ganz für sich zu sein und dann haben andere nicht mehr viel Platz zwischen ihnen, sondern dann sagt man, ja, die genügen sich selber. Aber das ist nur eine Phase in der Liebe. Echte Liebe will ja auch irgendwann wieder sich weiten und kreativ sein, wenn andere mit einbeziehen oder wenn dann ein Kind geboren wird, das aus einer Partnerschaft hervorgeht, dann weidet sich ja auch diese Liebe auf eine dritte Person hin. Und ich glaube, dass Gott genau eine solche Dynamik ist, dass er in sich vollkommen ist und gleichzeitig etwas Überströmendes. Liebe ist ja kein stehender See, sondern eher wie eine sprudelnde Quelle. Sie will weiterfließen. Sie will von dem Glück, das ich habe, auch anderen erzählen. Sie will andere daran teilhaben lassen. Und ich glaube, das ist so der Urgrund unseres Glaubens, dass Gott in seiner Liebe uns schafft, uns annimmt und möchte, dass auch wir in so einer überfließenden Art lieben lernen. Bruder Andreas, wie sind Sie eigentlich zum Dichten gekommen? Wie hat alles bei Ihnen angefangen? Auch als Schüler habe ich mal so ein paar kleine Gedichte geschrieben. Das war eher mit humoristischem Hintergrund, eher solche Reime, wie man sie manchmal bei Büttenreden hat. Das war noch keine Lyrik. Aber ich habe dann später große Dichterinnen und Dichter sehr schätzen gelernt. Ich habe gerne Rilke gelesen, dann die großen jüdischen Dichterinnen Nelly Sachs, Rose Ausländer, Hilde Domin oder dann auch Paul Celan, moderne Dichtung. Und das hat mich sehr angesprochen. Und ich habe Gedichte auswendig gelernt. Ich kann eine ganze Reihe von Gedichten auswendig. Ich habe sie versucht, sie zu meinem eigenen Wortschatz zu machen. Und das hat dann irgendwie auch den Effekt gehabt, dass ich selber begonnen habe, Gedichte zu formulieren. Wie ordnen Sie selbst Ihre eigene lyrische Aktivität ein? Ist das mehr ein Ausgleich zur Arbeit oder in gewisser Weise doch auch künstlerische Arbeit? Ja, es ist zunächst einmal eher ein Hobby. Etwas, was ich in meiner Freizeit mache. Weil Gedichte schreiben, da braucht man auch ein Stück Freiraum. Das kann man ja nicht so auf Kommando machen. Manchmal muss man eine Predigt formulieren, weil die am nächsten Tag gehalten werden muss. Aber ein Gedicht kann man nicht so schaffen. Das braucht Muse, kreative Umgebung. Und manchmal fällt mir etwas ein, dann schreibe ich das nieder. Dann braucht es natürlich auch ein bisschen Arbeit. Arbeit am Text, dass man jedes Wort noch einmal wägt. Wo kann es vielleicht noch knapper werden? Wo ist vielleicht das Bild noch zu weit? Es braucht schon die Pfeile am Schluss, um jedes Wort gut zu platzieren. Weil es geht ja genau darum, in sehr wenigen Worten vieles zu sagen oder etwas auszudrücken. Aber es ist eher eine Freizeitbeschäftigung. Ein nächstes Gedicht, auf das ich mich jetzt schon freue, heißt Für uns Menschen. Auch wieder ein Gedicht zum Glaubensbekenntnis. Könnten Sie auch dieses Gedicht unseren Zuschauern vortragen? Für uns Menschen. Alles hat seinen Preis. Was du auch lebst und entscheidest, du musst dafür bezahlen. Du kannst dich nicht durchs Leben mogeln. Was immer du auch überspringst, es holt dich wieder ein. Du musst die Suppe auslöffeln und für dich selbst gerade stehen. Es wird dir nichts geschenkt. Die dicke Rechnung kommt zum Schluss. Einmal aber hat ein anderer bezahlt. Einfach so und unbegrenzt für alle. Ein für allemal. Bruder Andreas, in Ihrem Gedicht Für uns Menschen sprechen Sie Alltagserfahrungen an. Zum Beispiel die, was immer du auch überspringst, es holt dich wieder ein. Könnten Sie dafür auch konkrete Beispiele aus dem Alltag nennen? Wenn ich meine Steuererklärung nicht rechtzeitig abgebe und versuche, das zu verdrängen, das Finanzamt holt mich irgendwann wieder ein. Aber es hat auch etwas mit unseren inneren Bewegungen zu tun. Wenn etwas Schwieriges da ist, dass ich einen Fehler gemacht habe und ihn dann versuche wegzuschieben, vielleicht holt er mich wieder ein. Nein, in einem Traum oder in einer Angst, die sich festsetzt. Wir müssen im Leben immer unseren Preis bezahlen. Egal was wir tun, müssen wir das bezahlen. Aber das hat natürlich auch eine problematische Seite. Gerade in unserer Gesellschaft, wo wir manchmal den Eindruck haben, alles ist verrechenbar. Beziehungen sind verrechenbar. Unsere Arbeit muss immer nach Leistung bewertet werden. Ob das mir Freude macht, ist gar kein Thema dann. Es wird alles verrechenbar. Und ich glaube, das berührt einen Grundsatz des christlichen Glaubens, dass wir Beschenkte sind. Dass wir keine Rechnung von Gott bekommen für das, was wir gelebt haben. Sondern, dass wir zuallererst einmal Beschenkte und Geliebte sind. Einfach so. Und das zeigt sich im Leben Jesu, der Menschen annimmt und auf sie zugeht, ohne das in Rechnung zu stellen. Das ist für viele gar nicht so leicht glaubhaft, weil wir in einer Welt leben, wo durch unser Wirtschaftssystem alles auch in wirtschaftlichen Maßstäben verrechenbar wird. Aber dass es etwas gibt, dass mir jemand seine Freundschaft schenkt, einfach so. Darin berühre ich vielleicht das Geheimnis Gottes, dass Gott großzügig ist und uns beschenken will. Diese Großzügigkeit Gottes fassen Sie eben auch in die Worte. Einmal aber hat ein anderer bezahlt. Ein für allemal. Diese Wahrheit gehört nun wirklich zur Kernbotschaft des Christentums. Jeder Mensch hat einen Erlöser. Konnten Sie schon mit dieser Kernbotschaft als Seelsorger Menschen trösten? Ich glaube, dass viele Menschen sich davon berühren lassen, wenn sie das ahnen oder glauben können, dass sie als Menschen von Gott angenommen sind, vor aller Leistung und trotz aller Schuld. Dass sie nicht erst etwas bringen müssen, damit sie jemand sind. Sondern wenn man, wie bei der Taufe sagt, ja, du bist Kind Gottes. Du bist schon jemand. Für Gott bist du wertvoll. Ohne, dass du jetzt irgendwelche abrechenbare Leistungen bringen musst. Gerade in einer sehr auf Leistung getrimmten Gesellschaft kann das für viele Menschen eine befreiende und erlösende Botschaft sein. Ich muss mir mein Leben nicht verdienen, sondern es ist mir geschenkt. Und dieses Geschenk wahrzunehmen und anzunehmen, das nennen wir dann Glauben. Sie sind ja auch Seelsorger für Gefangene und für Flüchtlinge. Ist auch dieses Geschenk des Glaubens, das Geschenk der Erlösung auch immer wieder Thema im Gespräch mit Gefangenen und mit Flüchtlingen? Bei Gefangenen spielt das eine Rolle, dort wo es um Schuld geht, wo Menschen sehr darunter leiden, an dem, was sie getan haben, es sich selber nicht verzeihen können. Sagen, das kann ich mir nicht verzeihen, was ich da angerichtet habe. Dass sie dann hören dürfen, aber Gott kann dir verzeihen. Und wenn du das glaubst, dann kannst du auch mit dir selber wieder ins Reine kommen. Und das ist nichts, wofür du etwas machen musst, sondern dieses Wort der Vergebung wird dir geschenkt. Auch bei Geflüchteten spielt das natürlich eine Rolle. Bei ihnen ist vielleicht eher die Frage in unserer Gesellschaft, was muss ich denn tun, damit ich hierbleiben kann? Muss ich etwas leisten? Das Jobcenter erwartet diese und jene Dinge, wo ich versuche zu vermitteln, Du bist willkommen, weil du ein Mensch bist, der zu uns nicht freiwillig gekommen ist, sondern aus einer Not. Und deswegen versuchen wir dir auch, dich aufzunehmen und dich willkommen zu heißen und nicht zu fragen, was bringt denn das für unsere Gesellschaft? Inwiefern können eigentlich Gedichte ein Mittel sein, Freiheit und Menschlichkeit zu verwirklichen? Gedichte lassen ja Raum. Das sieht man ja schon allein im Schriftbild. Da ist immer ganz viel Platz. Es ist also nicht alles vollgeschrieben, sondern es ist so ein Anstoß, wo jeder und jede dann selber mit diesem Bild sich anfreunden kann, es selber weiterdenken kann, wo es darum geht, dass ich mich in meinen Gefühlen, in meiner Fantasie ansprechen lasse. Und das eröffnet Raum auch in Beziehung und auch in der Beziehung zu Gott, wo Bilder mir helfen, nicht etwas nur aufzusagen, etwas auswendig Gelerntes, sondern wo ich selber vorkommen darf mit meiner Geschichte, mit meinen Empfindungen. Und von daher gesehen, glaube ich, ist Lyrik eine Form, die eine Freiheit des Fühlens und Denkens anspricht und damit auch tiefe Schichten im Menschen in die Beziehung zu Gott bringt. Welchen zeitlichen Raum nimmt eigentlich Ihre lyrische Tätigkeit ein? Wie häufig haben Sie Zeit zu schreiben? Das hängt sehr davon ab, welche anderen Aufgaben ich zu erfüllen habe. Es gab Zeiten, da hatte ich mehr Luft. Die letzten drei Jahre habe ich ganz wenig schreiben können, weil durch die Geflüchteten unserer Nachbarschaft viele andere Aufgaben auf mich warteten. Und da habe ich keine Gedichte geschrieben, sondern vor allen Dingen viele Formulare ausgefüllt fürs Jobcenter, für die Ausländerbehörde. Und manchmal habe ich mich dann auch geärgert und gesagt, Mensch, ich muss jetzt immer so stupide Dinge ausfüllen, Name, Geburtsdatum, Geburtsort, das Ganze hundertmal für jeden Antrag. In der Zeit hätte ich auch ein paar schöne Gedichte schreiben können. Aber dann hatte ich einen tröstlichen Gedanken, dass nämlich Gott so beim letzten Gericht dann auf dem Thron sitzt und dann so ein Gedichtband von mir in der Hand hat und sagt, naja, Andreas, ist ja ganz schön, was du da geschrieben hast. Aber das Wichtigste, was du in deinem Leben geschrieben hast, das war das Ausfüllen dieser Formulare fürs Jobcenter, für die Flüchtlinge. Und das tröstet mich dann. Bruder Andreas, mir hat mal ein Promovent erzählt, dass er nicht immer an seiner Arbeit schreiben kann. Zündende Ideen hat er eigentlich nur dann, wenn er eine heitere Stimmung hat. Wie ist das denn bei Ihnen? Können Sie jederzeit Gedichte schreiben? Gedichte kann man, glaube ich, nicht auf Kommando schreiben und auch nicht auf Selbstkommando, dass ich sage, ich schreibe jetzt ein Gedicht. Das fällt einem zu. Das ist ein Einfall. Und der kommt manchmal gelegen oder ungelegen. Manchmal während der Arbeit in der Straßenbahn oder bei einem Spaziergang hat man eine Idee. Und deswegen ist es für mich wichtig, auch immer einen kleinen Notizblock dabei zu haben, damit ich diese Idee nicht vergesse. Also das kann man nicht konstruieren, sondern das sind Dinge, die einem zufliegen. Eine Idee, ein Bild, ein Gedanke. Und dann muss man sich natürlich irgendwann hinsetzen und das ausformulieren. Ein letztes Gedicht, Bruder Andreas, das ich mit Ihnen gerne besprechen möchte, heißt Die Auferstehung der Toten. Könnten Sie die Auferstehung der Toten auch unseren Zuschauern am Schluss noch darbieten? Die Auferstehung der Toten Ich glaube nicht, dass meine Seele wandern muss durch wechselnde Gestalten, kein Abarbeiten der Altlasten und kein Abtragen fossiler Schuldenberge, bis der Kontostand endlich bei Null ist und aufgelöst ich werde ins nichtige Nirwana auf ewig anonym. Vielmehr aber hoffe ich, dass mein Leib einst aufstehen wird und ich noch einmal wandern darf, trotz aller Schuld und Wunden. Du hast die offenen Rechnungen schon längst für mich beglichen. Der ganze Kosmos ist begnadigt und eingelöst wird meine Sehnsucht, dass du mich mit Namen rufst und ich für immer bei dir bin. Bruder Andreas, Sie schreiben, ich glaube nicht, dass meine Seele wandern muss. Inwiefern ist denn die Vorstellung der Wiedergeburt für Sie etwas Beängstigendes? Viele Menschen haben ja diese Idee von Seelenwanderung auch in unserem Kulturkreis aufgegriffen. Aber eigentlich, etwa im Buddhismus, ist das kein Segen, sondern ein Fluch. Man muss immer wieder von vorne anfangen, weil noch alte Lasten da sind, weil ich mich erst noch bewähren muss, weil ich alte Schulden abtragen muss. Bei uns ist eher der Wunsch, ja, ein Leben reicht mir nicht, ich möchte noch mehr Leben haben und was ich jetzt nicht auskosten kann, das muss ich dann im nächsten Leben machen. Aber das ist auch ein Fluch, dass man immer wieder unter die alte Last gedrückt wird. Und ich hoffe auf ein anderes Leben. Auf ein Leben, das mir jetzt schon geschenkt ist und wo jeder Augenblick auch kostbar ist. Wenn ich die Vorstellung habe, ich kann ja wieder von vorne anfangen, dann verliert auch der jetzige Augenblick seine Ernsthaftigkeit, seine Kostbarkeit. Dass ich jetzt bei Ihnen hier sitze, das kann ich eben nicht wiederholen, sondern das ist ein einmaliger Augenblick, der jetzt seine Bedeutung hat. Und deswegen hoffe ich, dass ich eben nicht noch einmal wieder antreten muss, sondern dass alles, was ich jetzt lebe, eine bleibende Bedeutung hat. Landläufig kursiert ja so der Spruch, von den Toten zurückgekommen ist ja noch niemand. Dieser Spruch zieht in Zweifel, dass es ein ewiges Leben gibt. Was antworten Sie als Seelsorger Menschen, die Probleme haben, an das ewige Leben, an die Auferstehung der Toten zu glauben? Schon Jesus hatte mit Strömungen zu tun, die die Auferstehung der Toten nicht annehmen wollten. Oder Paulus bei seiner Rede auf dem Areopark, da sagten die Leute auch über die Auferstehung, da wollen wir dich lieber ein andermal hören. Das war für sie nicht so interessant. Und das ist ja auch eine Haltung, die man heute oft findet. Ich lebe jetzt und nach dem Tod ist alles aus. Es gibt kein Weiterleben nach dem Tod. Wenn man aber dann im Gespräch noch mal ein bisschen tiefer bohrt, dann merkt man, dass doch jeder Mensch, zum Beispiel das, was er liebt und was ihm kostbar ist, dass er hofft, dass das nicht einfach nur auf die große Müllhalde der Zeit geworfen wird. Dass etwa die Liebe eines Menschen eine Bedeutung hat, die über den jetzigen Augenblick hinausgeht. Bruder Andreas, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio von Kirche in Not in München. Und noch weiterhin viel Freude an der Glaubensverkündigung im lyrischen Gewand. Vielen Dank, Herr Blumberg. Das war Spirit mit Bruder Dr. Andreas Knapp, einem Priester der Ordensgemeinschaft der kleinen Brüder vom Evangelium. Schön, dass Sie zugesehen und vor allem zugehört haben. Wenn Sie noch mehr Gedichte zum Glaubensbekenntnis von Bruder Andreas lesen wollen, können Sie diese in einem seiner Bücher finden. Der Titel lautet »Tiefer als das Meer – Gedichte zum Glauben« und ist im Echter Verlag erschienen. Bis zur nächsten Spirit-Sendung in zwei Wochen wünsche ich Ihnen immer wieder Zeit für schöne Dinge, wie etwa das Lesen von Gedichten zum Glauben. Behüt' Sie Gott! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020